Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich muss dazu sagen, ich habe hier einen Teil nachgedreht, das ist jetzt der Anfang. Also nicht wundern, wenn das eigentliche Video erst im Nachhinein losgeht. Es hat sich einfach seit gestern nochmal so viel verändert, dass ich hier nochmal zu Beginn oder zum Start dieses Videos nochmal ein paar Worte sagen möchte. Und ich glaube, dieses Video geht zwar ein bisschen weg vielleicht vom Hauptthema dieses Kanals, aber ich finde es im Moment so wichtig und so entscheidend. Und deswegen habe ich mich eben dazu entschieden, ein Video eben zu produzieren zu der ganzen Thematik. Die meisten, die wir uns schon gesehen haben, geht um den Ukraine-Konflikt, um den Ukraine-Krieg. Und ich habe so das Gefühl, die deutsche Bevölkerung versteht nicht, dass wir uns kurz vor dem Dritten Weltkrieg befinden, und dass wir direkt dabei sind, in einen Krieg hineinzuschlittern, der kein Mensch will, gerade die deutsche Bevölkerung nicht, mit ihrer Geschichte. Wir haben kein Interesse mehr an einem Krieg, wir möchten Frieden auf der Welt haben. Und deswegen finde ich dieses Video hier so wichtig. Es hat sich eben seit gestern einiges nochmal neu ergeben. Russland hat reagiert auf die angekündigten Panzerlieferungen. Ich werde dazu auch einen Link unten reinsetzen, das ist von der Welt. Die haben dazu ein dreiminütiges Video sogar gemacht. Dort hat der Verteidigungsminister nochmal klargestellt, dass das eine neue Eskalationsstufe ist. Im Staatsfernsehen ruft man mittlerweile sogar dazu aus, die Regierungsviertel in Paris und Berlin den Erdboden gleich zu machen, sage ich jetzt einfach mal, einfach zu verwüsten. Und der Appell geht praktisch an alle Russen in der Welt. Und mittlerweile ist es praktisch legitim, so sagt man es auch im Staatsfernsehen, dass praktisch Deutschland Angriffsziel ist. Man hat noch nicht direkt gesagt, dass wir jetzt im Krieg sind mit Russland, aber ganz ehrlich, das ist so ein kleiner, schmaler Grad, der jetzt noch fehlt. Und von deutscher Seite wird dann argumentiert, naja, das ist nur Propaganda. Man will den Westen jetzt einfach nur ein bisschen einschüchtern. Russland schafft es ja nicht mal, die Ukraine zu bekämpfen. Und auch wird natürlich begründet, dass das ohnehin ja so nicht stimmt, sondern wir liefern ja schon längst Panzer. Und das ist nur eine andere Form von Panzern. Und deswegen hat sich eigentlich gar nichts verändert. Aber wenn es denn so wäre, warum hat man dann so lange darüber diskutiert, ob wir überhaupt Panzer liefern? Warum ist das denn so ein großes Hin und Her gewesen? Also es muss einen Unterschied geben. Und ich hoffe, das ist den meisten doch zumindest ein bisschen klar. Mein Statement dazu ist, Deutschland sollte sich da draus halten, wie wir es schon viele, viele Jahre immer wieder versucht haben zumindest, aber leider seit 1995 nicht mehr machen. Deutschland sitzt eigentlich im Glashaus und schmeißt hier mit Stein. Denn wir haben selbst illegale Angriffskriege geführt, wie auch Gerhard Schröder, der ehemalige Bundeskanzler der Republik Deutschland, auch im Nachhinein zugegeben hat. Und ich bin für Frieden, für Abrüstung, für keine Eskalation, für keine Waffen. Waffen lösen Konflikte nicht, sondern verschärfen sie in der Regel nur. Und genau das erleben wir gerade. Ich habe hier mal noch einen interessanten Gedankengang zu Beginn noch. Und das ist ein Zitat, beziehungsweise das ist der Amtseid eines jeden Bundeskanzlers in der Bundesrepublik, wenn er denn sein Amt antritt. Und der geht folgendermaßen. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Das ist der Eid, der von jedem Bundeskanzler in der Bundesrepublik vor Amtsantritt geleistet werden muss. Und da steht ganz klar drin, dass eben Schaden vom deutschen Volk abgewendet werden soll. Was wir hier aber gerade machen, ist keinesfalls Abwenden von Schaden vom deutschen Volk, denn dann wäre es ganz klar, Deutschland müsste sich total aus diesem Krieg einfach raushalten. Wir haben hier nichts zu melden, nichts zu machen. Und das wäre wirklich Nutzen und Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Was aber die letzten Regierungen in den letzten Jahren und Jahrzehnten schon immer gemacht haben, ist, das deutsche Volk zu ignorieren und sich stattdessen um andere Völker zu kümmern, die uns einfach nichts angehen, um das mal ganz plakativ und krass zu sagen. Es ist toll, wenn wir versuchen, in der Welt zu helfen, andere zu unterstützen, aber es kann nicht sein, dass man dabei sein eigenes Volk vergisst und sich selbst aufgibt. Wer sich selbst aufgibt, kann keinem anderen mehr helfen, denn dann wird man selbst am Ende nur schwach und kann gar niemandem mehr helfen. Es geht darum, erst mal sich selbst gut zu versorgen, um sich selbst zu kümmern. Dann ist man in der Lage und stark genug, auch anderen gut zu helfen. Und ich habe so das Gefühl, der Grundgedanke wird immer mehr vergessen und geht immer mehr verloren. Und ich möchte es jetzt auch kurz machen, denn jetzt beginnt dann eigentlich der Hauptteil eben dieses Videos. Ich kann nur nochmals darauf hinweisen, deutsches Volk, wach endlich auf, wir stehen kurz vor dem Dritten Weltkrieg und keiner will es irgendwie wahrhaben, keiner will es irgendwie sehen. Es eskaliert immer weiter und die Augen werden immer weiter verschlossen. Die Medien tragen ihren Teil dazu bei, machen immer weiter Propaganda und blenden alles aus. Hier geht es auch nicht mehr um Demokratie, denn es läuft immer ähnlich ab. Es gibt nur noch eine Meinung und wer gegen diese eine Meinung ist, die in den Medien, in den Massenmedien vertreten wird, der ist praktisch gegen alles, gegen Rechtsstaatlichkeit, gegen Demokratie, gegen jede Art von Solidarität. Und das stimmt einfach nicht, sondern es gibt immer zwei Seiten und meistens liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Ich sage auch nicht, dass man gar nicht helfen soll, aber vielleicht macht es Sinn, Waffenlieferungen einzustellen, aber humanitäre Hilfe ist immer legitim und sollte auch immer legitim bleiben. Und genau hier müssen wir auch hin, humanitär eben zu helfen, wie wir es eben auch schon machen, Ukrainer bei uns hier in Deutschland willkommen heißen, ihnen ein Dach zu geben, weil sie vor dem Krieg geflohen sind, oder eben vor Ort mit Nahrungsmitteln zu helfen, mit Medikamenten zu helfen, soweit das möglich ist. Aber aktiv in diesen Krieg einzugreifen, wird immer problematischer, auch für Deutschland. Und dieses Mal ist eben dieser Krieg nicht irgendwo am Hindukusch, sondern wirklich direkt vor unserer Haustüre, nur wenige Kilometer von Deutschland entfernt. Und wir sind wirklich nur noch ein Haarbreit entfernt, dass wir wirklich Kriegspartei sind, endgültig Kriegspartei sind. Ich glaube, das muss jetzt endlich klar werden. Hier geht es um viel. Und ich weiß nicht, gerade die Leute, die hier schreien, ja, wir müssen Panzer liefern. Ich möchte wissen, wie viele von diesen Menschen am Ende wirklich an die Front gehen würden, mit deren Gewehr in der Hand und wirklich die Ukraine mit ihrem Leben verteidigen würden. Denn das ist die Konsequenz daraus, die sich hier ergibt. Und ich bin gespannt, wie das am Ende ausgeht. Und ich hoffe, dass hier endlich Vernunft einkehrt und man sich endlich wieder besinnt, um was es wirklich geht. Hilfe ja, aber nicht in jedem Bereich. Und es geht ja auch um das eigene Land, um das eigene Volk eben. Und ja, ich möchte es eigentlich an der Stelle dann damit belassen. Ich wünsche jetzt trotzdem viel Vergnügen, wenn man das so sagen kann bei diesem Video, mit dem folgenden, das sich jetzt im Anschluss gleich ergeben wird. Wie gesagt, nicht wundern. Ich habe ja noch mal was angefügt. Und alle Links, die ich relevant halte, sind in der Infobox. Ich kann es nur empfehlen, die einfach mal anzuschauen. Und ich bedanke mich jetzt schon wieder fürs Zuhören, fürs Zugucken. Und bei dem Thema kann man sicher kontrovers denken. Aber ich kann nur jeden daran erinnern, die Frage ist es, wollt ihr selbst an der Front stehen? Wollt ihr, dass eure Kinder am Ende an der Front stehen? Darüber sollte man sich einfach noch mal Gedanken machen. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem folgenden Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal mit einem Thema, das ein bisschen vielleicht vom Thema Finanzen zunächst erst einmal abwegig oder abweichend erscheint. Für mich ist das aber ein ganz entscheidendes Video beziehungsweise ganz entscheidende Betrachtungsweise, denn es geht heute mal um das Thema Ukraine-Krieg. Und ich habe unter dem Kommentar oder unter dem Video von mir einen Kommentar gelesen, dass jemand, da habe ich schon mal ein ganz kleines bisschen von der Ukraine berichtet oder erzählt, habe ich einen Kommentar erhalten, dass er sonst meinen Kanal gern geschaut hat, aber jetzt will er den nicht mehr anschauen, weil er kann mir da absolut nicht zustimmen. Das Recht hat jeder und das gilt natürlich auch wieder für dieses Video. Aber das, was ich hier darlege, ist einfach meine Meinung und ich möchte vor allem objektiv dabei bleiben und ich möchte einfach nur ein bisschen zu denken anregen. Ich werde da auch kein abschließendes Fazit, wenn man so will, ziehen, sondern ich möchte einfach mal ein bisschen kritisch das darstellen. Warum? Weil gestern hat es ganz weitreichende Entscheidungen gegeben hier in Deutschland. Es ist ja entschieden worden, dass Panzernacht in die Ukraine geliefert werden und das hat weitreichenden Einfluss. Und ich bin ein Mensch, der Frieden liebt, der Harmonie sucht und deswegen, auch wenn es ein Finanzkanal vordergründig ist, behalte ich mir das dennoch vor, weil es eben mein Kanal ist und damit kann ich machen, was immer ich will, auch solche Themen anzusprechen, wenn ich das für richtig halte und wenn ich denke, dass man vielleicht mal ein paar kritischere Worte anstimmen sollte, erst recht. Außerdem, und das vergessen scheinbar einige, ist gerade das Thema Krieg ein Krieg ganz entscheidend auch für die Wirtschaft in Europa und gerade auch für die Börse. Denn Krieg hat ganz massiven Einfluss auf die Börse, fundamental betrachtet. Einmal natürlich, weil Rüstungswerte steigen oder Industrien, die einfach mit der Rüstung zu tun haben. Neulich haben wir in Discard schon eine ganz interessante Diskussion dazu gehabt, was eigentlich alles mittlerweile in die Rüstung reinfließt. Also dazu gehören ja Lasersysteme, Okulare zum Beispiel von Zeiss, die ganze Metallindustrie natürlich, sowas wie ThyssenKrupp natürlich oder Rheinmetall natürlich. Und das ist natürlich ganz entscheidend, sich deswegen auch damit auseinanderzusetzen. Und wer das ausblendet und sagt, das hat nichts mit Börse zu tun, der hat scheinbar immer noch nicht verstanden, dass alles Einfluss auf die Finanzmärkte und auf die Börse hat. Und gerade solch weitreichende Entscheidungen erstreicht, gerade ja auch mit dem, vor dem Hintergrund nochmal, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, vor den ganzen Sanktionen, gerade Europa ist am meisten von den ganzen Sanktionen betroffen. Die anderen Länder lachen sich teilweise, wirklich eins, man kann es nicht anders sagen, weil die sind einfach nicht davon betroffen. Das hat man wunderbar am Gaspreis gesehen. Henry Hub Natural Gas ist in Amerika, hat sich praktisch nicht verändert, ist halt minimal gestiegen. Aber in Europa ist der Erdgaspreis explodiert, oder die Stromkosten, oder Öl jetzt auch. Und die USA hat es einfach nicht tangiert, oder andere Länder, wie China, Indien, die waren davon kaum beeinflusst, einfach aus dem Grund, da die nicht so abhängig sind von der ganzen Thematik wie Europa. Und wir knien uns da am meisten rein, obwohl wir am meisten zu verlieren haben. Und die anderen Länder, die sticheln einfach nur, machen hier Stellvertreterplätze auf, ohne davon selbst betroffen zu sein. Deutschland hat das ja auch gemacht, in letzter Zeit, in den letzten Jahren. Vielleicht ist das so ein bisschen Karma, was da zurückkommt. Auch zu dem Thema werde ich gleich ein bisschen zum Sprechen kommen. Aber nun zunächst, was ist denn gestern überhaupt passiert? Aber davon natürlich wie immer Risikohinweis. Alles, was ich hier wieder aufzeige und kundtue, ist meine eigene, persönliche und private Meinung. Jeder kann natürlich mit den Informationen machen, was er möchte. Ist keine Anlageberatung, was ist meine Empfehlung? Ich übernehme natürlich keine Haftung und kein Risiko. Nochmal gleich vorab, das ist meine Meinung. Alles, was ich hier wieder aufzeige, ich möchte einfach mal ein bisschen zeigen, was hier los ist. Jeder soll sich dazu selber dann Gedanken machen, denn ich möchte eben die Menschen einfach nur ein bisschen zum Nachdenken bringen. Das habe ich mir schon immer auf die Fahne geschrieben und dabei werde ich bleiben. Was ist aber gestern passiert? Gestern hat letztendlich Bundeskanzler Scholz die Lieferung von deutschen Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine bestätigt. Zunächst sollen 14 Leopard 2A6 geliefert werden und was für mich jetzt ganz entscheidend ist, die ukrainischen Panzerbesatzungen werden in Deutschland ausgebildet. Das möchte ich hier an der Stelle nochmal fett unterstreichen, weil das so entscheidend und wichtig ist für das, was ich jetzt dann im weiteren Verlauf aufzeigen möchte. Nochmal, in Deutschland ausgebildet, ja. Landverteidigungsminister Pristorius sollen die ersten Leoparden in drei Monaten geliefert werden. FDP und Grüne begrüßten die Entscheidung. Das muss man sich mal überlegen, nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Die Grünen haben vor der Wahl noch gesagt, sie sind gegen Waffen, denn Waffen bringen nur Leid und ohne Waffen kann man bloß Frieden und Harmonie schaffen. Und jetzt ist gerade die Partei der größte Kriegstreiber in ganz Deutschland. Das muss man sich mal überlegen. Also es ist an Irrsinn nicht mehr zu überbieten. Ich habe hier auch die Wahlwerbung von der letzten Bundestagswahl bei Twitter bei mir nochmal verlinkt, damit jeder auch nachlesen kann, was die Grünen vor der Wahl noch alles gesagt haben. Die AfD und die Linke kritisieren dies übrigens heftig. Nochmal, um das festzuhalten. So. Warum ist mir das jetzt so wichtig gewesen, um zu sagen, Deutschland mit der Ausbildung? Ich werde das ja gleich im Anschluss nun zeigen. Für mich ist einfach die entscheidende Frage, die ich mir einfach stelle, sind wir bereits im Krieg oder nicht? Meiner Meinung nach sind wir bereits im Krieg und ich möchte das jetzt auch gleich mit Anführungszeichen beweisen. Übrigens, interessanter Funfact noch nebenbei, wobei das überhaupt nicht zum Lachen ist, sondern wir werden hier in einen Krieg reingezogen von der Ukraine, der uns überhaupt nichts angeht und ich werde da gleich nochmal zeigen, wie so und warum. Und ich will der Ukraine auch da gar keinen Vorwurf machen, denn das ist legitim für die, die wollen sich natürlich das Beste rausholen. Das heißt, die versuchen natürlich möglichst viele Länder damit reinzuverwickeln, damit sie selber die besten Chancen haben. Das ist legitim, das können sie machen, es ist in Ordnung. Aber ich finde es einfach erschreckend, wie einfach das Deutschland da mitspielt, wie wir da reinpoltern und die Ukraine, jetzt liefern wir Panzer oder werden die liefern in der Zukunft und jetzt gibt es schon die ersten Anfragen für Kampfjets. Wo ist denn dann die Grenze nach dem Kampfjet? Und das muss man sich mal überlegen, überhaupt wie dreist das das ist, nach Panzern zu rufen, die werden dann geliefert und dann, wenn man endlich die Zusage hat, kommt man gleich mit einer nächsten Forderung und das ist eine Forderung, das ist keine Bitte, das ist eine richtige Forderung, jetzt wollen wir auch noch Kampfjets haben. Und wann ist dann der Punkt erreicht, wo es dann heißt, okay, jetzt wollen wir aber auch gleich nur militärische Unterstützung, das heißt, deutsche Truppen auf ukrainischem Boden. Wie lange dauert das noch? Und meiner Meinung nach sind wir bereits im Krieg und das möchte ich jetzt aufzeigen, indem ich das hier veröffentliche, was der wirtschaftliche Dienst online kundgetan hat. Und kann jeder selber nachlesen, es gibt ja so ein Frageportal, da können Bürger Fragen stellen und der wissenschaftliche Dienst beantwortet die dann. Und da gibt es ein PDF dazu, auf Seite 6 kann man das nachlesen, das ist übrigens ein Jahr alt, circa ungefähr ein Jahr alt und da ist nur drin gestanden und ich habe da einen Auszug rausgemacht, beziehungsweise das ist von einem Video von Dr. Daniele Ganser. Ich kann jedem nur das Video empfehlen, das sich anzuschauen. Ich habe das ja verlinkt, unten in der Infobox. Bitte schaut euch das Video an, um zu begreifen, was hier abgeht, wie wir hier in einen Krieg reingezogen werden, der vor unserer Haustür ist. Der ist nicht irgendwie wieder in Afghanistan, wo wir ein bisschen mitmischen, sondern der ist wirklich vor unserer Haustür und eigentlich haben wir die Faktor schon Krieg mit Russland. Um das nochmal ganz klar zu sagen und ich werde es jetzt auch beweisen, warum. Das ist nicht meine Meinung, ganz wichtig, sondern das ist die Meinung des wissenschaftlichen Dienstes. Das heißt, das ist von der Meinung der Bundesrepublik Deutschland, wenn man so will. Und hier habe ich einen Auszug eben raus und das habe ich einfach vergrößert auf der rechten Seite, dass da jeder wirklich sehen kann. Ich mache da jetzt extra nochmal kurz vielleicht einen Kasten da rum. Und was steht da drin? Das ist praktisch das, was da drüben veröffentlicht wurde. Ich habe da einfach einen Auszug davon nochmal abgebildet. Westliche Waffenlieferungen an die Ukraine gelten völkerrechtlich nicht als Kriegseintritt. Schon mal wichtig. Solange es keine Beteiligung an Kampfhandlungen gibt. So, jetzt wird es aber entscheidend. Erst wenn neben der Belieferung mit Waffen auch die Anweisung der Konfliktpartei beziehungsweise Ausbildung an solchen Waffen in Redestünde, würde man den gesicherten Bereich der Nichtkriegsführung verlassen. Und das kommt vom wissenschaftlichen Dienst der Bundesrepublik Deutschland. Und meiner Meinung nach, da ist ja damals, das ist ja aus dem März 2022, da ist es ja auch darum gegangen, zum Beispiel Grafenwöhr. Da sind ja die Ukrainer ausgebildet worden an Waffen. Das hat aber nicht Deutschland selbst gemacht, sondern das US-Militär gewesen. Da kann man nur sagen, okay, das war das US-Militär, damit haben wir nichts zu tun gehabt. Aber jetzt bilden wir die Leute an den Panzern aus. Und für mich ist da definitiv eine Grenze überschritten. Das Problem ist bloß, es interessiert ja nicht, was ich davon denke und wie ich das sehe. Die Frage ist doch, wie sieht es Russland? Und ja, sieht Russland das auch als Kriegsbeteiligung jetzt? Sind wir jetzt endlich dabei? Wollen wir vielleicht sogar, dass wir Truppen in die Ukraine schicken? Ich finde das halt so dreist von der Politik, weil die sagt, naja, wir müssen unbedingt helfen, wir wollen da helfen. Und da gibt es ja richtige krasse Kriegsrhetorik Kriegsrhetorik mittlerweile. Gerade eine Politikerin aus der FDP, ich nenne es einmal einen Namen nicht, die wird mittlerweile jeder kennen, weil die ist ja in jeder zweiten Talkshow. Und also eine krassere Kriegsrhetorik kann man gar nicht mehr vorantreiben. Funfact auch hier nebenbei, ich habe da auch wieder auf Twitter veröffentlicht, eine WDR-Angestellte, hat auch einen kritischen Beitrag zu der ganzen Kriegspropaganda und Treiberei hier, die in Deutschland stattfindet, eben veröffentlicht und hat unter anderem die Politikerin dabei genannt und gesagt, dass die auch Seilschaften unter anderem eben mit der Waffenlobby hat und vielleicht ein kleines Interesse daran haben könnte. Der Shitstorm, der danach gekommen ist mit, ich glaube, über eine Million Kommentare unter ihrem Beitrag ist brutal, ist es Wahnsinn und alle fordern sie mehr oder weniger unter dem Beitrag Waffenlieferungen. Ich weiß nicht, ob dem Menschen bewusst ist, was das eigentlich bedeutet. Wenn wir die Waffen liefern, dann bedeutet das im schlimmsten Fall wirklich einen Kriegseintritt von Deutschland, einen wirklichen Kriegseintritt, das heißt auch wirklich mit Bundeswehrsoldaten, die wir in die Ukraine schicken oder was vielleicht noch schlimmer wäre, auf deutschem Boden vielleicht Krieg, weil vielleicht Raketen auch geschossen werden. Und das heißt, wir sind dann direkt dabei, wir sind direkt die Kriegspartei und die reden sich alle so leicht, die müssen ja nicht dann mit der Waffe an die Front, die sitzen gemütlich im Parlament, kassieren Kohle ohne Ende, leben auf Kosten der Steuerzahler und da redet sich es leicht. Ich wäre sowieso schon für lange dafür, denn dann hätten sich Kriege vermutlich sofort erledigt, dass die ganzen Staatsoberhäute untereinander gerne Krieg führen können, wenn sie wollen. Die sollen sich gegenseitig im Kopf einschlagen, wer gewinnt hat gewonnen und damit ist es erledigt. Aber das Volk soll einfach vom Krieg in Ruhe gelassen werden. Das wäre das Gerechtigste, denn diese Leute bestimmen über den Krieg, die bestimmen über Kriegseintritte, dann sollen sie auch gefälligst alleine an die Front gehend und sollen sie eben alleine kämpfen und damit das Thema erledigt. Dann würden vermutlich in der Politik andere Menschen sitzen, nämlich ziemlich großgebaute, muskuläse Kerle, die dann entscheiden dürfen, weil dann hätten wir vielleicht eine Möglichkeit, einen Krieg auch zu gewinnen. Nur so nebenbei auch noch, die USA hat eigentlich seit vielen, vielen Jahrzehnten keinen Krieg mehr gewonnen. Hat man dann Vietnam gesehen, hat man in Afghanistan gesehen, hat man im Irak gesehen, kann Amerika oder die USA überhaupt noch Kriege gewinnen und im Moment, meiner Meinung nach, ist es ein Stellvertreterkrieg, denn man schürt ordentlich in der Ukraine die Kampfkraft, aber auch nicht unnütz. Vielleicht hat es der ein oder andere mitbekommen, die ganzen Waffen, die in die Ukraine geliefert werden und auch die Ausbildungen, die lässt man sich in der Fülle fürstlich bezahlen und entlohnen. Das heißt, die USA kassiert ja auch nochmal richtig Kohle ab durch den Konflikt und schwächt gleichzeitig noch seinen größten, mit Anführungszeichen, Gegnern, nämlich Russland, wobei ganz ehrlich, die zwei spielen eh nicht auf Augenhöhe, denn was Amerika oder halt USA, muss man ja korrekterweise sagen, in den Militärhaushalt jedes Jahr pumpen, das ist ja aberwitzig, da geht es ja um Milliardenbeträge. Ich glaube, die USA hat so viele Militärausgaben wie die nächsten 20 Länder zusammen, ja, und Russland ist irgendwo, ich glaube, auf Platz, keine Ahnung, 10 oder so, ich weiß es gar nicht mehr genau. Das auch nochmal so nebenbei als Info. Da sieht man auch schon die Ungleichgewichte und jetzt geht es ja auch um die Kampfpanzer, ich glaube, USA hat es über 6500 oder so und Deutschland hat gerade mal ein bisschen, ich weiß gar nicht mehr, über 100 oder über 300, ich weiß gar nicht mehr die Zahl, wo ich sie gelesen habe und wir geben jetzt ein paar von den Panzern von uns ab. USA hätte so viele, die wollen ja jetzt welche liefern, aber selbst die liefern nicht Direktpanzer, sondern nur scheinbar Schrottreifepanzer, die noch in Stand gesetzt werden müssen und die man sich natürlich auch wieder bezahlen lässt. Sehr interessant, was hier abläuft, das heißt, wir sind jetzt mittlerweile weiter drin im Krieg, wenn man so will, wie die USA selbst. Aber wir sind nicht der Nutznießer, sondern, ja, jemand anderes hat wohl davon Nutzen, wenn wir mit Russland in den Krieg ziehen. Außerdem will ich nochmal festhalten, die Pipelinesprengung ist bis heute noch nicht geklärt, wer das jetzt so war, wer der Nutznießer davon ist, das kann man sich aber schon ausmalen, da gibt es nämlich einige davon, also könnten einige die Sprenger davon gewesen sein und das ist noch nicht mal geklärt und hier wird schon wieder neue Kriegsrhetorik und Propaganda gemacht und die Medien sind immer wieder schuld daran und das finde ich auch so verheerend, denn die blasen in ein Horn und das heißt entweder nur Corona oder nur Militär und Krieg und dass man sieht, wo man da hinkommt, haben wir jetzt eigentlich bei Corona gelernt, dass man jetzt Corona wieder klein macht und alles nichtig ist und man auch nicht aufarbeiten will, was da stattgefunden hat, auch eben von den Medien und jetzt beim Krieg geht es genau wieder in die gleiche Richtung, man will wieder unbedingt, positioniert sich ganz klar auf einer Seite, es gibt nur die eine Seite, es gibt keine andere Seite mehr und das ist so bedenklich und das hat eigentlich mit Demokratie nichts zu tun, Demokratie lebt von Meinungsfreiheit und in der Demokratie müssen verschiedene Meinungen stattfinden können und es kann nicht sein, dass eine Meinung sofort immer niedergebügelt wird, nur weil sie einfach mit Anführungszeichen nicht dem Mainstream entspricht, da ist es eh die Frage, ob das wirklich so immer stimmt oder nicht stimmt. Ich habe hier mal noch ein bisschen Infos dabei, wen wir eigentlich da genau unterstützen, also Ukraine, Nationalisten und Rechtsextreme marschieren durch Kiew und das hat ja eigentlich jeden zu denken gegeben, ein bisschen, wen wir hier eigentlich unterstützen und es gibt eine interessante Reportage, die ist damals auf Spiegel TV und TV auf RTL gelaufen und da hat man mal gezeigt, wer überhaupt in dem Regime drin ist und da hat man damals noch ganz offen von Rechtsextremen gesprochen, dass die vor allem hier im Parlament sitzen, dass die hier Sagen haben in dem Land und ja und jetzt will man irgendwie davon nichts mehr wissen, die Fernsehbeiträge kann jeder noch schauen, Spiegel TV einfach nachgucken oder eben die Artikel auf Spiegel einfach anschauen, der ist jetzt zum Beispiel von 2017, bloß so mal zum Nachdenken. Außerdem Ukraine, Korruption auf fast jeder Ebene, also es ist einer der korruptesten Staaten weltweit und in der EU auf Platz 2, nur ein Staat wird von der Korruption noch, liegt noch höher auf dem Index praktisch und das ist Russland, ja und ja da ist halt auch die Frage ein absolut korrupter Staat und den unterstützen wir wie weit reicht die Korruption jetzt sind erst wieder Korruptionsvorwürfe ja bekannt geworden vor ein paar Tagen ich glaube vor drei Tagen die Konsequenz war natürlich dass die Leute jetzt gehen müssen wegen dem Korruptionsskandal also man sollte sich einfach mal überlegen mit wem man sich hier zusammentun meiner Meinung nach und ob das wirklich alles immer so korrekt ist wenn der Staat schon so korrupt ist werden wir vielleicht zum Teil auch belogen vielleicht nicht wer lügt mehr wem vertraut man mehr einfach mal so als Frage in den Raum geschmissen ich habe hier ein wunderbares Zitat von Dirk Müller gefunden das gefällt mir sehr gut und das habe ich hier einfach mal aufgeführt hat jetzt weniger damit zu tun sondern allgemein wir sind so blöd dass uns die Schweine beißen wir lassen uns von den Amerikanern in einen Konflikt reinschieben den wir nicht brauchen den wir nicht wollen der uns überhaupt nichts bringt und lassen uns noch erzählen es ist die Sache des Guten wie blöd muss man eigentlich werden ich lasse das jetzt einfach mal so im Raum stehen kann jeder damit machen was er möchte außerdem habe ich mir jetzt die deutsche Kriegsbeteiligung so mal ein bisschen angeschaut das hat auch Dr. Daniele Gans in seinem Video gemacht da gibt es da mehr Infos dazu ich habe jetzt einfach mal hier die wichtigsten Punkte rausgeholt Deutschland muss man ja wissen hat 1955 nach dem Krieg eben wieder Militär aufgebaut eben die Bundeswehr und wir haben ja lange gesagt wir gehen nicht in den Krieg übrigens kann man da natürlich auch die Frage stellen wie souverän sind wir denn bis heute denn ja am Militär kann man das eigentlich meistens ganz gut erkennen wie souverän ein Staat ist so nebenbei auch mal gesprochen Fakt ist auf jeden Fall Bosnien haben wir das erste Mal einen Kriegseinsatz gehabt das war 1995 das ist ja lange geheim gewesen das hat man lange nicht gewusst das ist erst im Nachhinein irgendwann mal bekannt geworden vor einigen Jahren dass wir da schon Einsätze gehabt haben da waren wir noch nicht direkt beteiligt sondern haben ja nur unterstützt dann 1999 war eigentlich der erste wirkliche Kriegsbeteiligung von Deutschland das war in Serbien und erst Jahre später gab Schröder zu dass dieser Krieg illegal ich will es nochmal mal sagen illegal war weil es kein UNO-Mandat für den Angriff auf Serbien gab und alleine die USA hat in den letzten Jahren unzählige Angriffskriege geführt und wir schreiben uns ja auch auf die Fahne die NATO wir sind angeblich nur ein Verteidigungsbündnis warum das wir ja dann in andere Länder gehen die zusammenbomben zusammenbomben verstehe ich dabei nicht wenn es nur ein Verteidigungsbündnis ist weil ich kann mich nicht erinnern dass irgendein NATO-Partner in den letzten Jahren angegriffen worden ist aber wir gehen komischerweise in Länder wie Afghanistan Syrien Serbien bomben alles kurz und klein und dann irgendwie nach ein paar Jahren gehen wir wieder und sagen ups wir haben es leider nicht geschafft das Land zu befrieden tut uns echt leid der Machthaber ist jetzt ja weg aber ja jetzt ist das Ganze ein bisschen durcheinander gekommen tut uns jetzt echt leid aber wir haben kein Geld keine Zeit mehr kommt es mal selber damit zurecht das ist ungefähr die Konsequenz und das hat die USA in den letzten Jahren unzählige Male gemacht vor allem Irak wo es bis heute ja keine Massenvernichtungswaffen gibt das war ein Angriffskrieg Afghanistan natürlich nach 9-11 wo man einfach Afghanistan angegriffen hat mit der Begründung ja Bin Laden ist dort und dafür machen wir jetzt Afghanistan einfach mal platt das ist ein Angriffskrieg gewesen das hat es auch kein nach Völkerrecht kein Mandat dafür gegeben oder halt nach UNO da hat keiner was gesagt da hat keiner was gemacht und jetzt bei der Ukraine ist man auf einfach sagt man das ist das erste Mal dass hier jemand gegen Unrecht verstößt jetzt müssen wir Konsequenzen ergreifen warum hat denn bis heute keine Sanktionen gegen den USA verhängt die haben die meisten Kriege in den letzten Jahren mitgeführt ja und wir waren mit beteiligt das möchte ich hier an der Stelle nochmal wiederholen wie gesagt Schröder hat das selbst gesagt 2002 Afghanistan alles ist nicht so glücklich wie wir es uns vorgenommen haben das ist eine Erkenntnis die bitter ist erklärt der Kanzlerin Merkel nach dem Afghanistan Krieg das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen und 2015 war man dann im letzten Krieg eben verwickelt das war Syrien das ist auch ein Angriffskrieg gewesen ist auch völkerrechtlich nicht okay ich frage mich für was wir Völkerrecht machen wenn wir uns eh nicht dran halten und das Problem ist die Leute die einfach Macht haben die Sagen haben die biegen sich einfach die Regeln wie sie sich brauchen und dann gibt es das einfach und das ist das Problem und jetzt in der Ukraine läuft es so ab Waffen für die Ukraine sind Pflicht christlicher Nächstenliebe behauptete Annette Kurschus Deutschlands oberste Protestantin die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche das muss man sich mal überlegen ein Kirchenoberhaupt sage ich jetzt einfach mal dazu die sagen dass Waffen Pflicht der christlichen Nächstenliebe sind irgendwas habe ich falsch verstanden wie ich irgendwie in der Religion immer in der Schule war denn ich habe gedacht erstens geht es um Nächstenliebe und zweitens und das habe ich hier aufgeführt was ist aus du sollst nicht töten geworden das ist meine Frage die ich einfach zum Ende noch stellen möchte und ganz wichtig hier oben habe ich was Schönes nochmal markiert und das ist für mich ganz entscheidend und wichtig Waffen schaffen kein Frieden und davon bin ich überzeugt sie bringen nur Tod und Eskalation wie gesagt ich habe das jetzt schön aufgeführt wir haben damit angefangen auszubilden wir haben damit angefangen Waffen zu liefern wir haben jetzt damit angefangen Panzer zu liefern jetzt vielleicht demnächst nur Kampfjets wenn wir denn welche hätten die funktionieren das so nebenbei und der nächste Schritt ist natürlich wirklich Bodentruppen die wir senden würden für ein Land das wieder in der NATO ist und wo der Krieg schon längst zu Ende sein könnte wenn wir ihm keine Waffen geliefert hätten man hätte sich schon längst an den Verhandlungstisch setzen müssen wenn es keine Waffen mehr gegeben hätte und wer sagt denn dass dann Ukraine komplett von Russland geschluckt worden wäre das Ganze ist ja sowieso eine Eskalation über viele viele Jahre dort war E-Bürgerkrieg wenn man es genau nimmt ja und in dem Land hat Bürgerkrieg stattgefunden auch wenn es manche nicht zu nennen wollen für mich war das Bürgerkrieg der dort stattgefunden hat und so ein Land wie gesagt unterstützen wir am Ende dann das Korrupt ist wo E-Bürgerkrieg war ja und wo wo man beim Parlament an der Rechtsstaatlichkeit beziehungsweise an der Gesinnung eben zweifeln darf ja und und wir mischen uns da ein hängen am Ende selber mit drin und Deutschland und gerade die NATO Partner die EU hat hier wahnsinnig viel zu verlieren weil es wirklich das mal vor der Haustür ist das ist nicht irgendwo in Hindukusch das ist nicht in Irak wo weit weit weg ist von uns wo uns normalerweise nichts passiert erstens kämpfen wir hier gegen eine ganz eine andere Nation die sehr wohl in der Lage ist auf deutsches Territorium mit Raketen zu antworten und die eine ganz andere Waffenstärke hat und weil es eben vor der Haustür ist und ich bin einfach davon überzeugt und das ist eben mein Schlusswort wenn man so will man kann keinen Frieden mit immer mehr Eskalation und Waffen schaffen das wird nicht passieren ich kann der Ukraine hier auch keinen Vorwurf machen die tun es das Möglichste oder das Nötigste für ihr eigenes Land wobei man hier einfach sagen muss ist das auch richtig hier wird der letzte Ukrainer praktisch im Krieg verheizt für einen Krieg wo es nichts zu gewinnen gibt natürlich kann man sagen ja dann verlieren sie ihr Land das ist auch korrekt aber die Frage ist immer ist es das wirklich am Ende wert dass dafür alle Männer in dem Land dann zum Beispiel sterben müssen ist es das wirklich wert und was wird es denn schaden sich nochmal an den Tisch zu setzen und versuchen eine Lösung zu finden eben auf dem diplomatischen Weg und weg von der Eskalation das wäre doch für alle besser Europa auch wirtschaftlich betrachtet wäre es einfach besser und so kann es auf jeden Fall nicht weitergehen weil wir erreichen sonst gleich die nächste Eskalationsstufe und das wird sehr bitter für viele auch die heute noch nach Waffen schreien weil die werden sich dann am Ende auch an der Front befinden mit einer Waffe in der Hand und es sind einfach nur Kanonenfutter und die Politiker werden schön im Warmen sitzen im Bundestag und werden sich das Ganze aus der Ferne anschauen das ist die Realität und wenn es jetzt nicht endlich mal aufwachen heißt dann weiß ich auch nicht mehr ich bin für Frieden und Frieden schafft man nicht mit Waffen das sollte jedem klar sein in dem Sinne ich hoffe das hat ein bisschen zum Nachdenken angeregt ich bedanke mich wieder fürs Zuhören heute mal ein ganz anderes Video und tja wem es nicht passt einfach die abonnieren wem es gefallen hat tja danke fürs Nachdenken danke fürs Anschauen und bis zum nächsten Video